Also ich kann jetzt rush zum Gebäude und dann irgendwo schauen, dass wir reinkommen. Ich meine, da gibt es irgendwie einen Garten, auch irgendein Ziel. Achso, nein, im Garten ist nichts, das ist alles im Gebäude. So, genau. Ich werde von da schon irgendwie abfahren. Genau, man kann ein bisschen rausschauen, ja, aber ich soll jetzt erst einmal ein paar Minenrehen gebrauchen, nehme ich wahrscheinlich die Zeit lang. Ja, ja, da sind dann die Bäume, da ist es, ähm, ich weiß da überhaupt nicht, ich gleich bin im zweiten Stock, du aber auch. Ja, die sind anscheinend auf der selben Ebene. Alle auf derselben? Switch. Ja, das ist, im Kölner, glaube ich, irgendwie so, Generator oder was. Gehst du das hier auf oder nicht? Ja, da, wo es so Treppenhaus steht, da geht es noch nicht rein. Ja, die sind so nervig, die, also die sind scheinbar im Kölner. Ja, wo ist denn so ein Ziel? Warum werden die das nicht auf? Ja, du musst nochmal einen Weg suchen, möglichst runter. Da ist ja alles zu. Ja, runter, dreh dich halt mal um. Ja, ich meine, das ist alles hier oben, warum soll ich dann runter gehen? Weil alles scheinbar unten ist. Ja, ich hab doch gesagt, dass ich mich da noch nicht auskenne. Glauben wir halt einmal was. Aber ich glaube, ich bin bei einem Ziel. Das mittlere von den dreien mache ich jetzt mal. Du weißt, wo ich bin? Ich glaube, da ist das Söltenhahn, wenn wir uns... Ist das Stoß oder? Ich mach Stößchen. Ah, okay. Die müsste eigentlich nur ein Ziel hinten sein bei dir in der Richtung. Nee, jetzt nicht. Ja, dann hab ich's Ninky gemacht, okay. Das ist bloß ein Treppenhaus. Ja, da hab ich schon vermied, soweit ich das jetzt nicht weiß. Ja, das hast du. Schau mal, da ist... Warte, da, da, ich hier was. Ach, dein Bildschirm. Ich habe mich einlöscht. Ach, würd's mir eigentlich durch der Mien gehen können? Ich hab keine mir, ich hab auch gedacht, ich hab den einen Ziel platziert. Neun Meter. Neun Meter. Neun Meter. Neun Meter. Neun Meter. Neun Meter. Du bist wahrscheinlich direkt vor mir. Na, da hängt's Annahm, ich bin noch im Innenhof. Ja. Da hat er mir eine Bombe gelegt. Dann turbo kühlt alle Garten. Das bringt jetzt auch nicht mehr. Wird gehabt. Ich denke, da sind alle zwei zu warm. Ich lebe bloß, was Fensters ist. Scheiße, der hat's. Oh shit. Okay. Ja, jetzt rauf. Ah, jetzt ist oben oben. Dann zu der Second Floor. Da steht ins erste OG-Gen. Gut, schauen wir, ob er jetzt war, oder es kommt hier. Da geht aber bloß. Auf der anderen Seite auch. Bullshit. Was hat denn jetzt Treppen? Ich bin über dir. Treppenhaus. Komm, mein Treppenhaus. Ja. Jetzt ist das Licht ausgegangen, oder? Ah. Na, soll ich dann stehen? Dann muss man jetzt mal die... Ein paar E-Schenke, oder was? Ich muss auch drücken zum Refillen. Und A ist zufällig auch. So. 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 Hier. So. Ähm. Unten. Oh, das bringt einer eigentlich nicht viel. Äh. Was sind doch die Ziele denn? Okay. Drei Termine zum Hocken. Zum Kacken. Nein. Nein. Meinen wir mit Büt? Super. Ich kann keine Minen legen. Weil wir unter den Minen all intakt sein. Ah. Ich hab was cool. Ich hab was cool. Da. Ich hab zwei Wege. Ah. Ich hab aufgefunden. Wo ist all der Geld? Rein wo man reingehen kann. In der Wäscherei. Bei. 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 Irgendwie höre ich das Glück, dass der jemand mitzahle lacht. Am meisten sind die Objectives gelackt. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach oben. Wenn ich die Lüse stört habe, werde ich nur drei tragen haben. Also ich denke da wäre Sticky Cam. Wie bist du ungefähr? Ein paar, weil ich das jetzt sagen muss. Von dem Hauptgang. Links, ja. Ein paar. Woher bist du jetzt? Ein paar. Bist du? Nein. Hä? Nein. Nein. Das was nicht du. Ich sehe, du hast nichts. Ah, der Wechsel. Passt du. Nein, lasst mir. Das ist weg. Das ist nur... Ah, das ist du? Nein, das ist nicht du. Bist du sicher, dass ich nicht du bist? Solange du mich nicht einmal da hast, wäre ich nicht in deiner Nähe sein. Okay. Also ich schau jetzt mal, dass ich die finde. Mal wissen noch. Also. Das rechte Ziel. Das wäre ein rechtes Ziel. Das, was vom anderen ziemlich weit weg ist. Das ist der Lechsel. Das ist der Lechsel. Und auch ums Eck. Hä? Alter, dich. Ich bin auch davor. Also... Ja. Es ist irgendwie... Der wird stehen. Es wirst du schon wieder. Dich heilen. Ich bin voll. Heil. Du. Aber das ist nichts abgezogen. Hab ich dich schon geheilt. Aber warum tötest du mich? Ich will dich heilen! Ja sag mal dann, ich will dich heilen und nicht du! Das hat jetzt gerade gesagt, ich will nicht geheilt werden, sondern du! So, ich hab bis das du gehört. Und dann hab ich wieder Minen. Super! Oh, Sinn, da ist wieder super. Dass ich wieder voll Minen hab. Argus! 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 Ja, wir machen das hier. Da bist du. Ich mach ja das Hitler jetzt hier. Warte nicht. Ah, ich hab's gefunden. Was? Mein? Das ist ein mittlerer Ziel. Nein, das ist ein mittlerer Ziel. Ist gut versteckt. Oder hab ich's nicht gefunden? Also irgendwann ist es in einer Badewanne. Im Duschraum. Im Bade-Raum. Zugriff verweigert. So, die ist offensichtlich. Das ist offensichtlich aber noch keine Mine. Juh! Was ist denn los? Da gibt's wieder einer. Ja, das ist eine Mine gewesen. Star-Rage. Ja, das ist die, wo die andere gleich war. Oder nicht? Oder ist das bei dir in der Badewanne? Okay. Warte mal, dann könnte ich jetzt hin die zweite Linie liegen. Okay. Ja, das stimmt. Boah, du warst mal. So, jetzt heißt es nur noch umstehen und Kopfgangeln. Warte mal, da gibt's ja... Aua. Da hab ich was vergrasen. Aua. Oh, der schlappt ihn die ganze Zeit. Okay, jetzt hat's nicht gleich... Nein! Jetzt bin ich hier, oder? Ne, du bist auf der Berg. Das ist halt ein Mixer. Pass auf. Ich weiß nicht, wie viel Gasmasken... Wie viel Gas-Poilette, das der hat, aber der ist echt voll. Ja, wahrscheinlich hat der Ticks mehr. Ja. Weil ich glaube ich... Aua, oder? Ja. Aua. Das ist ja hier, oder? Lass mich ein bisschen rein, ja. Warte, lass mich dich heilen. Ja. Habst du den Drasti wieder weg? Wenn ja alles rot. So, nicht bewegen. Wie viel? Du hast rot. Du hast es gerade lassen, alles rot. Rote Dreiecke. Ja. 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 bestimmt wieder da hin natürlich oder dumm ist es falsch so jetzt jetzt eins hier zwei Ziele dann fangen wir hier rein dann fangen wir an die Speisesaal Speisesaal? ja ne das bin ich kein Speisesaal schaut aber fast so aus ja das wird wahrscheinlich das mir so gut angezeigt wird sein 3 3 1 Minute haben sie noch wir schauen wir vielleicht sehen wir können nicht naja der ist wieder auf seinem Lieblingsplatz irgendwo da ist ah fuck der wichser wer ist ja wieder bei mir ist einer ja der macht ja der macht 8,7,6 ja ich bin jetzt wieder wach schieß 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 gerne mit 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 Minuten.